Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Was kann man tun, wenn man an krankhaftem Übergewicht leidet, also an Adipositas und wenn keine Diät mehr helfen will? Was ist von den Operationsmethoden zu halten, von denen man so oft hört, von einer Magenverkleinerung? Darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Prof. Dr. Thomas Karus, er ist Chefarzt der Allgemeinwisteral- und Gefäßchirurgie am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Welche Möglichkeiten hat denn die Chirurgie bei Adipositas? Man muss da erstmal etwas ausholen. Die Chirurgie steht ganz am Ende der Reihe der Behandlung. Natürlich muss der Patient erstmal sich damit beschäftigen mit der Erkrankung, muss sich Erfahrung sammeln mit Ernährungstherapie, Ernährungsberatung, Kurse, Kuren, Sporttherapie, ein ganzes Programm, was man in seinem Leben bei dieser Erkrankung durchlaufen sollte. Wenn das alles nicht hilft und die Adipositas ist sehr ausgeprägt, wir reden da von einem BMI von 40, das heißt ungefähr bei 1,65 Meter, 130 Kilogramm. Oh ja. Also schon ein tüchtiges Übergewicht, also von 60, 70, 80 Kilogramm Übergewicht. Da kann die Chirurgie sehr gut helfen. Es gibt zahlreiche Studien, dass ab einem BMI von 40 die konservative Therapie, also alles ohne Operation, auf Dauer nicht hilft. Also nur bei 5 bis 10 Prozent der Patienten. Die übrigen 90 Prozent irgendwann doch operiert werden sollten, um nicht schwere Begleiterkrankungen zu haben, die auch ihr Leben um circa 10 Jahre verkürzen. Wir sprechen da von Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfall, Wundheilungsstörungen, also vielen, vielen Dingen, Gelenkverschleiß, Rückenbeschwerden, Arbeitsunfähigkeit und, 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 die alle als folgende Adipositas kommen, die man nur verhindern kann oder wieder heilen kann, wenn das Gewicht runtergeht. Und da die meisten Patienten das nicht aus eigener Kraft schaffen, auch nicht mit Diäten, hilft da die Chirurgie. Gut, also für Fälle, bei denen es nicht nur, Gänsefüßchen nur um 10 Kilo geht, sondern ja doch um 30, 40, 50 Kilo Übergewicht und mehr tatsächlich ja auch. Was kann denn da die Chirurgie tun? Welche verschiedenen Möglichkeiten haben Sie denn? Man kann das auch historisch so ein bisschen aufschlüsseln. Wir haben angefangen mit Magenbändern vor 15 bis 20 Jahren. Das sind Ringe, die man um den Mageneingang gepflanzt hat, zuerst in der offenen Chirurgie, großer Eingriff, dann mit dem Aufkommen der minimalinvasiven Chirurgie auch als Schlüssellochtechnik. Prinzipiell ein Ring, den man um den Mageneingang legt. Das führt dazu, dass der Patient weniger essen kann und weniger schnell essen kann. Die Idee ist gut, die Wirkung war nicht gut. Der Patient kann das sehr umgehen, indem er einfach Flüssiges zu sich nimmt, Schokolade lutscht oder süße Getränke trinkt. Die gehen durch den Ring ja einfach durch. Der Magen ist unverändert da. Und das andere Problem war vom Mechanischen, dass dieser Ring über Jahre in die Magenwand einwandern kann, die zerstören kann, was oft Folgeoperationen danach sich zog. Das Magenband ist im Prinzip fast verlassen heutzutage. Wir sind nur noch daran, die auszubauen, sozusagen, die vor zehn Jahren eingepflanzt worden sind. Ach, und dann erholt sich der Magen wieder? Dann kann er sich erholen, aber dann ist die Erkrankung natürlich genauso wieder da. Das heißt, das Gewicht, dieser Jojo-Effekt tritt dann oft wieder auf. Und deshalb gibt es andere Verfahren. Das häufigste Verfahren bis heute weltweit war dann der Magenbypass, dass man den Magen im oberen Fünftel abtrennt, also wirklich den Magen durchtrennt und direkt den Dünndarm an den oberen Magenstumpf näht. Das hat den Effekt, dass ungefähr 1,50 Meter des normalen Nahrungsweges, Verdauungsweges umgangen werden, Bypass, und dass man sozusagen zusammengefasst, sagen wir, die Hälfte der Nährstoffe nur aufnehmen kann. Und was passiert mit dem restlichen Magen? Der Magen, der liegt sozusagen als blinder Sack im Bauch, macht nichts, der produziert natürlich seine verschiedenen Stoffe, die zur Verdauung notwendig sind, aber die treffen eben nicht direkt auf die Nahrung, sondern erst 1,50 Meter tiefer wieder auf die Nahrung. Das heißt, die Verdauung wird im Prinzip krankhaft verhindert oder verringert. Und dadurch nimmt der Patient weniger Kalorien auf, aber auch natürlich weniger Nährstoffe, die wichtig sind. Das heißt, bei diesen Methoden muss man auch lebenslang in der Regel supplementieren, also Nahrungsergänzungsmittel dazuführen, Vitamine und andere Dinge, um das auszugleichen, den Verlust. Kann denn beim Magen Bypass der Behandelte überhaupt feste Nahrung essen? Doch, das kennen wir ja von zum Beispiel Patienten ohne Magen nach Krebsoperationen, wo der ganze Magen entfernt wurde. Die können auch relativ normal leben, also viele kleine Mahlzeiten, nicht mehr so große Mengen, aber an sich auch ganz normale Nahrung zu sich nehmen. Dieser Magen Bypass ist das beste Mittel der Wahl, also der Goldstandard sozusagen? Das ist bisher der Standard, vor allem, weil der neben der Restriktion, also der Verringerung der Nahrungsaufnahme eben auch malabsorbtiv wirkt. Das nennt man also schlechter Verdauung durchführt. Bewusst ist vor allem wirksam beim Diabetes. Wenn der Diabetes schwer einstellbar ist, ist das sehr wirksam und der Gewichtsverlust ist sehr groß. Wir können im ersten Jahr da durchaus 50 bis 70 Kilogramm Übergewicht abbauen nach einem Magen Bypass. Ist es denn die einzige Methode, die Sie anwenden? Nein. Und zwar ist auch eine an sich technisch einfachere Methode und zwar ist der Schlauchmagen. Da wird der Magen auf ungefähr ein Viertel seiner ursprünglichen Größe verkleinert. Aber wäre noch da? Der bleibt da und das Schöne ist, deshalb bin ich auch ein Fan des Schlauchmagens, dass der physiologische Weg, Speiseröhre, Magen, Zwölfingerdarm, Dünndarm erhalten bleibt. Der Weg ist nur schmaler, das heißt man kann Risiktiv, also weniger zu sich nehmen in einer bestimmten Zeit. Und ein Nebeneffekt, den man erst später erkannt hat, dass eins der Appetithormone, das Grelin, wird im großen Magenanteil gebildet und der wird mit weggeschnitten. Das heißt, wir schneiden sozusagen auch das Appetithormon mit weg. Es hat sich gezeigt, dass es in Richtung Diabetesbehandlung etwas schlechter wirkt als der Magenbypass, aber in puncto Gewichtsverlust fast genauso gut wirksam ist. Also auch 40 oder 50 Kilo innerhalb eines Jahres? Es wurde ursprünglich eingeführt bei sehr adipösen, wir operieren auch Patienten mit 250 Kilogramm, weil da der Bypass technisch sehr schwer durchführbar ist. Die Nähte, die man setzen muss, sind bei 250 Kilogramm wirklich sehr anspruchsvoll. Dass man als Erstoperation den Schlauchmagen gebildet hat, dass der Patient von 250 auf 180 Kilo abgenommen hat und im zweiten Schritt dann den Magenbypass durchgeführt hat. Wir haben aber gesehen in vielen Studien, dass die Wirkung des Schlauchmagens schon so gut war, dass gar keine zweite Operation mehr notwendig war. Wie machen Sie das, so einen Schlauchmagen? Ich habe mal ein Gerät mitgebracht und man kann das ja nicht einfach innen und abschneiden. Das würde bluten und dann müsste man alles wieder zunähen. Es gibt Klammernahtgeräte, die setzen, ähnlich wie der Tacker zu Hause, Klammern und die an einer Platte umgebogen werden. Aber nicht nur eine Klammer, sondern mehrere Reihen von Klammern und dazwischen fährt ein Skypell durch. Das heißt, Sie können Gewebe nehmen, zu beiden Seiten zuklammern und dazwischen durchschneiden. Ich zeige Ihnen das mal. Das ist immer beim ersten Mal schwer verständlich. Das sind so Handgriffe. Wir können während einer Operation mehrere dieser Klammern einsetzen. Um jetzt den Magen abzuklemmen. Das ist die Farbe. Abzuklemmen und direkt abzuschneiden auch. Ja, also minimalinvasiv durch ein Loch hindurch sozusagen. In der Schlüssellochtechnik, wie man das so nennt. Ich habe mal ein kleines Magenmodell mitgebracht. Wir wollen jetzt den Magen hier schlauchförmig verkleinern. Wir können einfach dieses Klammernahtgerät hier aufsetzen. Damit kann ich auch bestimmen, wie groß ich den Restmagen haben möchte. Längsschnitt also. Längsschnitt. Und ich brauche dafür natürlich von diesen Kartuschen, brauche ich dann fünf oder sechs. Und wenn ich das jetzt auslöse, dann wird das hier, ich zeige Ihnen das, das ganz einfach mit dem Handgriff. Ich öffne das. Sie können dann sehen, wie das ganz sauber durchtrennt ist. Genau. Und links und rechts von dem Schnitt drei Reihen Klammern. Genau. Und das mache ich jetzt fünf, sechs Mal bis oben. Dann habe ich hier einen Schlauch übrig. Und das, der Teil des Magens, der wird entfernt, aus der Bauchhülle entfernt über einen kleinen Extraschnitt. Ja, das ist eins zu eins unser Modell, das wir da jetzt gerade sagen. Also das wäre ein Kindermagen. Aber ich sage mal, wir haben letztlich einen Patienten operiert. Wir messen immer das Volumen des entfernten Magens. Das Volumen war fast zwei Liter. So viel mehr als bei anderen Menschen, bei Normalernährenden der Ganze, oder? Doppelte, dreifacher. Ja, genau. Also wir müssen sich vorstellen, also das Volumen von zwei Milchpackungen, was entfernt worden ist. Ja. Also riesig. Ja. Also deshalb, wir brauchen auch manchmal sieben oder acht Magazinen, also je nach Größe des Magens. Ja. Wir legen das hier fest auf ungefähr so zwei Zentimeter Durchmesser. Das ist dann der definierte Teil. Da passen ungefähr noch 150 Milliliter rein. Das ist dann das Gesamtvolumen. Der Patient wird auch angehalten, sein Nahrungsverhalten, sein Ernährungsverhalten zu ändern. Dass er beim Essen sofort aufhört, sobald er Druck verspürt zum Beispiel. Der muss auch sein Essen umstellen. Ja. Heißt das schon, dass er theoretisch den Magen wieder weiten könnte? Das ist das Problem. Das ist ja ein Muskelschlauch. Man könnte ihn wieder hochtrainieren, wenn man ständig etwas zu viel isst, dass er sich weitet. Das gibt es auch die Problematik bei einzelnen Patienten. Da muss man nämlich auch nachoperieren. Ja. Das Schöne ist ja auch bei dem Schlauchmagen, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichend funktioniert, kann ich immer noch auf den Magenbypass im zweiten Schritt umsteigen. Wo man noch weniger das Essen provozieren kann. Genau. Man muss ja dazu sagen, dass diese Krankheit der Asipositas ja sehr viel auch zu tun hat mit psychologischen Komponenten unter Umständen Suchtverhalten. Und das war ja das, was Sie auch eingangs sagten, dass man versucht, eine mühsame OP, zu der man sich entschieden hat, am Ende doch wieder zu unterlaufen. Und ergänzend dazu vielleicht, also das Gesamtausmaß der Therapie, der chirurgische Anteil, den würde ich mit 30 Prozent bezeichnen, anfangs sehr viel, dann abnehmend, dass drumherum vorher die psychosomatische Analyse und Betreuung und hinterher die an sich lebenslange Nachbetreuung, die auch durch Ernährungstherapie und Psychosomatik mitbestimmt wird, nicht durch den Chirurgen, die ist ganz wichtig für den Erfolg. Also allein die Operation wird es nicht bringen. Wir haben auch im Westklinikum eine Behandlungsgruppe, wo alle Disziplinen mit drin sind, der Diabetologe, Internist, der Chirurg, Ernährungstherapie, Physiotherapeut, das alles zusammen, eine ganze Behandlungsgruppe behandelt den Patienten und das führt dann zum Erfolg. Eine Maßnahme alleine wird es nicht bringen. Ja, dennoch ist die OP ja doch eine erhebliche, bei der eine Menge passiert im Körper, was man früher vielleicht mit größeren Schnitten gemacht hätte. Sie sagen ja schon, dass Ihre OP-Methode minimalinvasiv erfolgt. Und da haben Sie uns doch mehr mitgebracht, um uns zu zeigen, wie das geht. Ja, man fragt sich ja, wie kann man in den Bauch hinein, wenn man keinen Schnitt macht. Ja. Da haben wir solche sogenannten Druckare mit einer kleinen Spitze. Wir brauchen nur einen Schnitt von 10 Millimetern und können dann durch die Haut, durch die Bauchmuskulatur einen solchen Drucker einführen. Dann haben wir einen Zugang zur Bauchhöhle. Damit wir Platz in der Bauchhöhle haben, wird hier Gas angeschlossen, CO2-Gas, damit sich die Bauchhöhle gebläht. Und dann wird als erstes eine Kamera eingeführt. Das ist hier diese Optik. An die Optik wird eine Kamera und dann eine Lichtkette mit Monitor angeschlossen. Wir arbeiten dann nicht mit dem Blick auf die Hände, sondern mit dem Blick auf den Monitor. Und die Kamera, die wir hier in den Bauch hineinfahren, die zeigt uns dann innen drin das Bild stark vergrößert in HD-Auflösung. Inzwischen auch bei uns in 3D. Wir haben jetzt seit Neuestem einen 3D-Operationsturm, mit dem wir in den Körper in 3D-Technik schornen können. Dass die also auch Entfernungen einschätzen können. Besser einschätzen können. Und Chirurg und OP-Schwestern und Anästhesisten stehen alle da mit einer solchen 3D-Brille. Wenn der Patient das wüsste. Ja, das erzählen wir denen vorher. Das ist natürlich dann noch genauer. Und dann wird alles andere unter Sicht dieser Optik gemacht mit dem Blick auf den Monitor. Das Einbringen weiterer Instrumente, zum Beispiel hier. Das sind dann noch kleinere Inzisionen von 5-6 mm, mit denen wir dann eine Fasszange hier einbringen können. Das sind Originalinstrumente, mit denen wir arbeiten. 5 mm Durchmesser. Damit kann dann die ganze Operation praktisch bluttrocken durchgeführt werden. Wir sprechen von Blutverlusten bei solchen Operationen von vielleicht 10 mm. So viel wie der Hausarzt bei der Blutprobe abnimmt, wenn der Patient zur Blutuntersuchung geht. Und was ist das hier? Das ist nicht neu, aber doch bei der Adipositaschirurgie schön. Bei den nicht ganz so krankhaft übergewichtigen, also ich sag mal bei 130 Kilo, 150 Kilo kann man auch das noch schonender machen. Wir wollen ja immer die Schnitte noch kleiner machen, dass wir einen Drucker nur am Nabel einbringen. Das heißt, hier ist ein Schaumstoffdrucker. Wir brauchen einen Schnitt von vielleicht 3 cm und können dann darüber am Nabel alle Instrumente, die Optik einführen, die Operation durchführen. Am Ende muss der Magen herausgezogen werden, das Stück, was wir abgesetzt haben. Das können wir sozusagen in einem Rutsch mit den Instrumente dann am Ende herausziehen. Und es bleibt übrig beim Patienten ein Schnitt von 2 bis 3 cm. Sehr, sehr schonend. Ein Pflaster, der ist nach einem Tag wieder auf dem Bein. Und bei so einem Schlauchmagen zum Beispiel, was ist das Risiko? Was kann schiefgehen? Das gilt für alle Operationen im Magen-Darm-Trakt, dass diese Nähte undicht werden können. Das ist immer das größte Problem. Diese Klammernähte oder auch Handnähte, dass die undicht werden durch die Blutungsstörung oder durch falsche Nahtechnik, dann kann es ein Problem geben, dass dort Bauchinhalt austritt, also Magen- oder Darminhalt austritt und eine schwere Entzündung kommt. Und dann muss man länger behandeln, nachoperieren teilweise. Das ist dann eine Komplikation, die bei unter 5 % auftritt, aber es gibt sie natürlich. Relativ zeitnah hinter der OP? Ja, nach zwei, drei Tagen merkt man das. Eine lokale Entzündung mit Fieber, Bauchschmerzen, erhöhten Entzündungszeichen, dann muss man natürlich mit Diagnostik, Ultraschall, CT oder auch operativ nachschauen, das dann beheben. Ist der Patient dann normalerweise schon wieder zu Hause oder ist er noch im Krankenhaus? Bei diesen Operationen geht man an sich nach drei bis vier Tagen nach Hause. Wir machen ja Kontrollen mit Ultraschall- und Blutuntersuchungen. Das würde man schon sehen. Also ganz selten gibt es jetzt etwas, was später auftritt. Wie oft machen Sie solche Magenverkleinerungen? Wir sind da ungefähr bei gut 100 im Jahr. Tendenz stark steigend, muss man sagen. Wir sind ja als Zentrum zugelassen. Das setzt ja bestimmte Infrastruktur voraus, die ganzen Disziplinen, die ich eben genannt habe, aber auch die Expertise, dass man mindestens zwei Operatöre hat, die das können und eben sehr erfolgreich und schon lange machen und eben die Mindestzahl. Und da haben wir die Grenzen überschritten. Und ich muss sagen, der Zulauf ist natürlich doch sehr groß und es wird immer noch mehr werden. Vielen Dank für die interessanten Informationen, Herr Professor Karos. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesung und auf YouTube. Machen Sie es gut! Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut!